Heute ist der 8. Januar und dieser Tag wird wohl in die Geschichte eingehen als die größte Protestaktion Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Zigtausende Landwirte in Deutschland protestierten heute bei Minusgraden in ganz Deutschland gegen die Politik der aktuellen Ampelregierung. Die Ampelregierung, die es den Bauern der tragenden Säule unserer Lebensmittelversorgung beinahe unmöglich macht, ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland gewinnbringend vollziehen zu können. Tausende Landwirte stehen dadurch vor dem Ruin und fordern nun ein Ende der Ampel dieser miserablen Politik, die unser Land in den Ruin treibt. Während sich also tausende Landwirte und weitere Branchen gegen die selbstzerstörerische Politik Deutschlands wehren, zeige ich Ihnen heute in meinem Video die brandaktuellsten News, die Bilder der Bauernproteste und die aktuellen Ereignisse des heutigen Tages. Ich zeige Ihnen auch, wie die Medien und die Politik die Bauernproteste mundtot machen möchten, wie sie diese verunglimpfen möchten und wie man die Bauern nun ebenfalls in die rechte Ecke, nicht gar als Ackerleugner, aber zumindest in diese Richtung stellen will. Mein Name ist Dominik Kettner und wir schauen uns einmal an, was heute am 8. Januar passiert ist. Der aktuelle Zustand des Landes ist seit heute Morgen im Ausnahmezustand. Denn zigtausende Landwirte sind unterwegs, nicht um sich, wie normalerweise, um die Landwirtschaft und um unsere Lebensmittelversorgung zu kümmern, sondern um sich gegen die Ampelpolitik zur Wehr zu setzen. Das, was wir schon seit ganzen zwei Jahren fordern, nun ist es also soweit. Das gesamte Ausmaß der Proteste lässt sich also nicht genau abschätzen. Dennoch ist eines sicher, sie haben eine monumentale Größe erreicht. Die Landwirte legen deutsche Straßen, Autobahnkreuze und ganze Autobahnen und Innenstädte lahm. Teilweise sogar ganze Städte, wie wir hier sehen können. 7.000 Traktoren sind in München auf die Straße gegangen. Alleine in München, in einer einzigen Stadt, 7.000 Traktoren. Das muss man sich erstmal vorstellen. In Hamburg und in Bremen sind ebenfalls weitere 2.000 Traktoren auf die Straße gegangen. Übrigens habe ich in diesem Video auch schon mit Anthony Lee, dem wohl führenden Landwirt, in dieser ganzen Aktion gesprochen. Auch in diesem Video einmal vorbeischauen. Es hat nicht umsonst eine Viertelmillion Aufrufe innerhalb weniger Tage bekommen. In Sachsen sollen sogar 95% aller Autobahnausfahrten blockiert worden sein. Hier in diesen Bildern sehen Sie zum Beispiel Emden. Erfurt. Ach, wir sind wieder da hingegangen. Da? Ja. Hier? Wollen wir nicht einmal eins machen von Jürgen? Aber auch Thüringen. Diese Videos zeigen Bilder. Sie zeigen kleine Einblicke in die Proteste, in den Städten, auf den Autobahnen. Ich kann jeden nur anhalten, sich selbst ein Bild davon zu verschaffen, was derzeit passiert. Selbst in Lingen war ein Aldi-Zentrallager lahmgelegt. Doch die Landwirte belassen es nicht nur bei den Autobahnen. Sie zeigen sogar, was es bedeutet, wenn die Landwirte in den Ruin getrieben werden. Und das ist es, worauf so viele Tausende Millionen Deutsche gehofft hatten. Und genau jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir historisch große Proteste sehen. Denn indem sie das Aldi-Zentrallager beispielsweise in Lingen lahmlegen und damit die Lebensmittelversorgung blockieren, wird selbst derjenige auf dieses Thema aufmerksam gemacht, der mit Politik überhaupt nichts am Hut hat. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Denn der offizielle Grund dafür, für diese enormen Proteste, ist der Wegfall des Agrardiesels beziehungsweise der Kfz-Steuerbefreiung in der Landwirtschaft. Etwas, was sich auf unser aller Geldbeutel massiv auswirken wird. Denn die stellt für die landwirtschaftlichen Betriebe, die sowieso bereits ums Überleben kämpfen, eine lebensbedrohliche Situation dar. Obwohl die Bundesregierung diese Kürzungen also zu großen Teilen zurücknehmen möchte, protestieren die Landwirte dennoch. Denn dieser letzte Angriff der Regierung ist der Tropfen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Politik zerstört unsere Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten wird unseren Bauern das Leben schwer gemacht. Und zwar durch unzählige Gesetze wie die EU-Nidratrichtlinien, die Düngeverordnung, die allgemeine Umweltpolitik und vieles weitere mehr. Mehr dazu erfahren Sie übrigens in diesem Video mit Anthony Lee. Die grüne Agenda zerstört unsere Wirtschaft. Das war der Titel dieses Videos und nicht der alleinige Grund, warum dieses Video viral ging. Genau aus diesem Grund sinkt übrigens auch die Zahl der Landwirte in Deutschland drastisch. Denn von rund 900.000 im Jahr 1975 haben wir nur noch 256.000 im Jahr 2022 übrig. Unsere Politik zerstört damit systematisch die Existenzgrundlage unserer Landwirte und gleichzeitig auch die deutschen Bürger. Die Politisierung der Proteste, die wir derzeit erleben, indem beispielsweise auch eine Ethik-Ratvorsitzende dazu aufruft, dass die Landwirte nicht in einem derart ruppigen Ton kommunizieren, sind nicht mehr als lächerlich. Doch das Schlimmste kommt jetzt erst. Denn die Politik und die Medien nutzen genau diese Proteste, um die Bauern zu verunglimpfen und bezeichnen sie nun auch noch als rechtsradikal, als Querdenker oder wie ich es eingangs bezeichnet habe, als Ackerleugner. Um das Ganze auch etwas ins Lächerliche zu ziehen. Denn genau dieses Vorgehen erinnert doch wie immer an das, was wir auch in den letzten niedergeschlagenen Protesten gesehen haben. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Zeit der Corona-Pandemie, in der Zeit, in der Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind und es in den Zeitungen hieß, es waren nur wenige Zehntausende. Auch damals wurden alle Protestierenden über einen Kamm geschoren und als Querdenker, Rechtsradikale, Impfverweigerer oder Covidioten bezeichnet. So versucht die Politik und die Medien, die Protestierenden mundtot zu machen und sie dann in ein schlechtes Licht zu rücken. So etwas sollten wir uns alle in einer Demokratie nicht gefallen lassen. Doch glücklicherweise wacht unsere Bevölkerung langsam auf und wehrt sich gegen diese Angriffe, gegen die übergriffigen Angriffe unserer Regierung. Denn es ist an der Zeit, dass wir uns alle verteidigen, dass wir aufstehen und lernen, wie wir uns selbst verteidigen. Mit Dr. Markus Krall habe ich die finanzielle Selbstverteidigung am 17. Januar um 19 Uhr ins Leben gerufen. Wir werden dort gemeinsam darüber sprechen, wie sich jeder Einzelne, auch der, der es nicht gelernt hat, gegen diese Eingriffe schützen kann. Und was Sie nun explizit tun können, bevor Deutschland nicht nur sich selbst abschafft, sondern auch Sie und Ihre Ersparnisse abschafft, möchte ich Sie recht herzlich einladen, sich kostenlos zu unserem gemeinsamen Selbstverteidigungskurs, unserem Online-Live-Webinar, das nicht aufgezeichnet wird, anzumelden. Unter diesem Video finden Sie einen der begrenzten Plätze. Thema finanzielle Selbstverteidigung. Ich freue mich dort gemeinsam mit Dr. Markus Krall einige Kniffe zu erklären. Wie Deutschland sich also Schritt für Schritt abschafft, das habe ich auch mit niemandem Geringerem als Thilo Sarrazin besprochen. Und er hat in diesem Video erklärt, dass er, der übrigens die Schuldenbremse mitkonzipiert hat, sich nicht vorstellen kann, wo die Regierung die fehlenden Milliarden herbekommen soll. Er hat ebenfalls darüber gesprochen, dass er nicht versteht, was CBDCs sind. Und er hat darüber gesprochen, warum diese Regierung Deutschland in den Abgrund führt. Ihr könnt sich zu diesem Webinar anmelden. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis zum 17.01. um 19 Uhr, euer Dominik Kettner. mit Kettneriny und die Aussage